Musik Dein Schnauz, dieser Huche, dieser Hurensohn, er kommt durch uns, dein Fick in der Runde so. Was, ho, ho, hat er die Nutten bei sich zu Hause, oder was? Er sagt, hallo, ho, ho, schlappe. Heute machen wir Weihnachten, Spessel. Weint er immer in der Nacht, deswegen Weihnacht. Wallah, Bruder, wir haben heute auch Verlosung, was heißt Losung? Dieser Video am Ende, mein Bruder erzählt Verlosung, okay? Ciao, ciao. Wie ist ihr Name? Jörg. 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 Nein, mit dir. Ist das türkischer Name? Ich schwöre, die weiß nicht, ja? Warst du brav diese Jahr? Es gibt Probleme, wenn du nicht brav warst. Wallah, ich komme vorbei bei deinem Leben. Ich komme bei deiner Bushaltestelle, du weißt. Bist du brav dieses Jahr gewesen? Was heißt brav auf Englisch? Warst du gute Girl? I have been a good girl. Wallah, bist du brav dieses Jahr gewesen? Oh, er braucht lange, ich schwöre Buffering. Buffering. Könnte ich sagen, aber nein. Okay, einfach nein, Wallah. Warum sagen alle ho, ho, ho? Ne, gut, ne? Aber okay, wir gehen. Wallah, ciao. Junge, der hat sich verliebt in mich, ich schwöre. Werdet ihr noch den ganzen Abend brav sein? Nein. Wallah. Warum sagen Leute eigentlich ho, ho, ho? Weil die Angst haben, wenn der Weihnachtsbaum kommt. Wallah, ich habe nicht gecheckt, aber egal. Wie ist dein Name? Christine. Christine? Bist du Chris? Wallah, das ist schlau. Christine Christ. Und sag mal dein Name. Anne. Anne? Oh, Anne, Anne. Bist du Mama? Anne, sagt immer zu Hause. Anne, meine Mutter, ich schwöre. Er guckt direkt weg. Er macht so, oh, Gülle kommt. Ich schwöre. Läuft, ne, bei mir, ne? Hast du bei dir auch? Wallah. Wallah, sag ich dir. Zeig mal, Bruder, zeig mal. Oh, Wallah. Läuft bei dir, Bruder. Hallo, Bruder. Wie ist dein Name nochmal? Ich habe vergessen. Neric. Neric, Bruder. Ich habe lange nicht mehr gesehen dich. Was machst du? Hier arbeiten, ne? Arbeit, Arbeit, läuft bei dir. Arbeit, läuft. Warst du brav dieses Jahr? Natürlich. Hast du Leute geschlagen dieses Jahr? Natürlich, so wie sie es gehört, ne? Ja, hast du? Hast du schöne Weihnachten, ne? Sowieso. Wenn was ist, ruf an. Du weißt, wo ich bin. Bei Musti drüben. Natürlich. Ich rufe immer an, wenn du was wusst, ne? Wunder, guck mal, ey. Und genau. Warte, sie sind zu glücklich. Wallah. Sehst du gut aus? Du siehst klasse aus. Wenn ich nicht schon eine feste Freundin... Ich grüße meine Oma. Hallo. Hallo. Ich bin im Fernsehen. Gibt es hier was zu lutschen? Bo, ich bin der Weihnachtsmann. Hat dich erschrocken, Wallah. Güle, Güle. Jetzt Beste. 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 Schöne Weihnachten, Wallah, ne? Ciao, ciao. Zurück zu dir, Wallah. Denanji, ich sag jetzt. Denanji, zu dir, Wallah, damit wir Verlosung machen jetzt. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe, das Weihnachtsspecial hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und kommentiert mal mit Yes, Sir, wenn du von meiner Schwester noch einen Teil sehen willst. Wir verlosen drei UE-Boomboxen. Das sind so Lautsprecher-Boxen. Ich zeig mal hier ein Bild davon. Okay, die sind richtig laut, sind auch derben nice, qualitativ nice. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann dazu gibt es noch eine E-Bail-Versteigerung. Und wenn ihr das alles gewinnen wollt, dann schaut jetzt einfach in die Infobox. Da ist alles drin, was ihr machen müsst. Wohin, wie, wat, ah. Und dann sag ich einfach nur mal viel Glück, viel Spaß. Danke fürs Zugucken. Spass.